Liebe Mühlhäuserinnen und Mühlhäuser, wir Schüler der 8b der Petri-Schule Mühlhausen heißen Sie recht herzlich willkommen zu unserem Süßkuchenfilm. Zum allerersten Mal wurde über den Mühlhäuser-Traditionskuchen ein Film gedreht. Wir wollen das Geheimnis um den Süßkuchen lüften. Es heißt, er kommt aus dem Mittelalter und ist vielleicht ein Fastengebäck oder ein Festkuchen und nur noch ein paar Bäcker im Mühlhaus und einer in Oberdorla backenden Kuchen. Deshalb sind wir mit Kameras und Händys losgezogen. Wir wollten filmen, wie der Süßkuchen hergestellt wird und sind mittendrin in der Backstube gegangen. Das ist ein ganzes Söndel eigentlich. Süßkuchen gehört eigentlich zur Koppel der Aufläufe. Ein Süßkuchen hat nicht getrieben. Aber was sagen die Leute eigentlich zum Süßkuchen? Dafür sind wir auf die Straßen gegangen. Haben Sie schon mal Süßkuchen probiert? Hat Ihnen das geschmeckt oder sagen Sie? Haben Sie denn schon mal gegessen, den Süßkuchen? Ja. Süßkuchen! Der Projekttag ging aber noch weiter. Wir haben uns nach dem Drehen im Medienzentrum getroffen, um die Szenen zu schneiden.